yo meine damen freunde war studio wieder am start für euch und willkommen zu einem neuen video zu gta 5 und ja heute erkläre ich euch mal wie ihr ein secret t shirt bekommt ja denn rockstar hat gerade ein wettbewerb am laufen für den rockstar detour und da soll man ein ja musikvideo von raves mit dem lied lief erstellen was auch im radio immer läuft bei gta und ja da könnt ihr nicht nur ein fettes t shirt gewinnen sondern auch ein rockstar editor logitech tastatur mit maus also sieht übertrieben geil aus und ausstattung und 100 euro gut haben bei rockstar warehouse und 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 also mal gucken ob ich da mitmache freunde aber wie bekommt ihr denn dieses t shirt denn nur im juni also wirklich nur im juni läuft das ganze freunde müsst ihr ein video hochgeladen haben das ist scheißegal ob das zum video hier also zum musikvideo passt oder erzählen sie kunden irgendwas also landet irgendeinen film hoch was ihr so habt und dann werdet ihr wenn der rockstar editor wettbewerb beendet ist ein nettes t shirt bekommen wie ich hier so angezeigt habe eben von dem blockbuster der einsame roboter in gross britannien das ist ein lustiges t shirt und wenn ihr damit dann rumlauft dann ja seid ihr auf jeden fall mal einzigartig in gta online also einfach was ihr machen müsst ist ein video hochladen im monat juni also ihr habt nur eine woche dafür zeit und dann bekommt ihr am ende dieses monats dieses nette schicke t shirt ich hoffe euch hat das video gefallen freunde nicht vergessen dass der daumen oben wird man euch loben ich bin weiß studio und tschö mit öö danke fürs zuschauen